Trudel, Pettis, down und Pettis mit dem Schuss und das Tor! Blaine down, 1 zu 0 für die Lions! Stand richtig für den Abrauer, der Kanadier von den GZK Lions, der nur in der Champions League mit dem ZSZ einspielt. Nochmals der Schuss von Pettis, der war entscheidend. Sturyakov, Probleme mit der Abwehr und der Verteidiger bzw. der Stürmer mit der 60, Thomas Strollinek, kam zu spät. Er ja der Torschütze für eine Woche und Blaine down, jetzt der Torschütze. Wiederum gehen die ZSZ Lines in Führung und diese Führung ist spätestens seit dem Pfostenschuss von Adrian Wichser auch vertient. Klug, er spielt diesmal zu Gordner via Bande. Seyna, Wichser, jawohl, jetzt ist das Überzahlspiel installiert. Suchi, Wichser, Wichser und Tor! 2 zu 0! Ach, die Wichser, wie schon vor einer Woche, auswärts Torschütze. Der Topscorer der Champions League mit seinem zweiten Tor in dieser Champions League. 2 zu 0! Ja gut, man kann den Treffer natürlich auch Seyna geben, weil... ...Roskuryakov fährt ab. Nein, ist nicht mehr dran, Seyna. Roskuryakov schiebt ihn mit der Hand. Petisega schiesst und Tor! 3 zu 0! Matthias Weber! Möglicherweise noch leicht abgelenkt. Ist das die Entscheidung? 11 Minuten vor Schuss. 3 zu 0 für die Lions. Auf der Pass von Petise. Nein, nicht abgelenkt. Haargenau hat dieser Schuss gepasst. Und Proskuryakov hat nichts gesehen. Zwei standen ihm vor der Sicht. Kam er nicht mehr ran mit seinem Schonern. Matthias Seyga, der Käpt'n, schiesst das möglicherweise entscheidende Tor in dieser Partie. Die Metallurg-Fans versuchen ihre Mannschaft anzufallen, aber die steckt in ziemlich grossen Schwierigkeiten gegen den vermeintlichen Underdog. Und Alter! 4 zu 0! Jan Alstern! Der knapp 40-jährige Alstern auch noch mit seinem Treffer. 49 Minuten 51 gespielt. John Simpson mahnt natürlich jetzt an die Konzentration noch einmal. Zuerst der Schuss. Der Abpraller. Der Schuss kam. Von Gehring. Und dann noch der entscheidende Pass. Neben dem Goal, ich glaube es war Mone. Jan Alstern, der Torschütze auf Zuspiel von Dibomone. Ein Frankophoner Treffer also bei den Lions. Wie sie auch beim Auswärtsspiel in Langnau mit Respekt begrüsst wurden von den Fans der Tigers. Und jetzt Rüder mit dem 6 zu 0, mit dem 5 zu 0. Und jetzt ist es klar. Jetzt ist es definitiv. Die ZSC Lions gewinnen die Champions Hockey League. Die ZSC Lions gewinnen den Europäischen Meistercup. Sind das beste Klubteam in Europa. Die ZSC Lions hat den russischen Käpt'n ausgespielt und auch den Goli. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Sensationell. Wie im Märchen. Die übermächtigen Russen ausgespielt von Hittis und Trüder. Die Lions kanadisch geprägt. Ob Siegen gegen die Russen. Ein WM-Final im Frühling war es ja genau umgekehrt. Da haben die Russen die Kanadier auf heimischen Terrain besiegt. Die Humanität Die Die Humanität Die Fortschritt Die Niederweilung Die Die Sie